So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen, Börse, heute gemeinsam mit XDB. Es ist Montag, der 11. September 2023 und wir wollen uns gemeinsam einen Blick gönnen auf Tesla heute. War so gar nicht geplant. Hauptfokus heute meinerseits liegt eigentlich, lag eigentlich eher, liegt auch immer noch auf Nvidia und möglicherweise einen Break tiefer. 450 ist da das Schlüssellevel, aber jetzt übers Wochenende wurde ein Analyst-Upgrade offenbar von einem Analysten, einem sehr bekannten Analysten von Morgan Stanley. Da werden wir gleich einen Blick drauf werfen. Und ja, dieses Upgrade, das hat es ziemlich in sich, nämlich ausgehend von einer Beobachtung, die uns ja als zumindestens mal Teilnehmer hier des Guten Morgen Börsen mit XDB eigentlich schon lange Zeit ein Thema ist. Und zwar nämlich im Hinblick auf Dojo, und zwar den Supercomputer, den AI-Supercomputer von Tesla. Ganz besonders im Hinblick auf das sogenannte Full-Self-Driving und dergleichen. Und kurze Zusammenfassung vielleicht ist, dass wir hier eine Zunahme der Marktkapitalisierung skizziert sehen, seitens dieses Analysten, um 500 Milliarden US-Dollar, ausgehend von den Entwicklungen. Das ist zwar keine Verdoppelung, aber nichtsdestotrotz sorgt dafür, dass das Kursziel entsprechend dramatisch nach oben angepasst wird. Auf 400 Dollar tatsächlich sogar das Best-Case-Szenario, neue Allzeithoch sieht, 550, glaube ich, so roundabout. Das hat zwar insgesamt noch nichts zu sagen, aber es erhöht die Chance, dass die Aktie heute potenziell heiß ist. Und eventuell dann auch einen deutlichen Break über 260 Dollar sieht, mit weiterem Momentum für heute, beziehungsweise die kommenden Tage. Und darauf wollen wir natürlich dann entsprechend heute einen Blick werfen. Bevor wir ganz offiziell starten, allerdings zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Wiesen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil. Und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter. Testen ein anderes risikofrei. Schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Ereignet. Sofern man das mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich alle Informationen auf der Webseite xdb.com.de. Auch gerne die Möglichkeit nutzen, den deutschsprachigen Kundensupport hier in Berliner Büros anzurufen, falls es Rückfragen geben sollte, Zwecks Kontoeröffnung, Handelsplattform und dergleichen. Der Kundensupport, der steht euch dort gerne mit Rat und Tat zur Verfügung. Ganz kurz in eigener Sache, nichts, was ich jetzt gleich in den folgenden Minuten hier präsentiere, bitte als Anlageempfehlung missverstehen, sondern als rein informatives, edukatives Event. Gerne die Fragen unterhalb des Videos stellen, die ich dann beantworten würde und dem nächsten Event hier im Guten Morgen Börse entsprechend natürlich beantworten. Dann einmal die Kontaktdetails von xdb. xdb als Broker, kurz vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe dazu geführt haben, Brokerwahl hier bei der Brokerwahl, xdb auszuzeichnen. Das seht ihr einmal hier in der Mitte aufgelistet. Ein Grund mit Sicherheit, die intuitiv sehr, sehr coole Handelsplattform, intuitiv zugängliche Handelsplattform, nicht die xStation, auf die wir jetzt genau in diesem Moment einen Blick werfen wollen. Und ich habe den Tesla-Start hier schon einmal aufgemacht. Vielleicht machen wir es so. Ich werde ganz kurz einmal vorweg einen Blick werfen hier auf Nvidia, ohne zu sehr in die Details zu gehen, um es einfach kurz ins Bewusstsein zu rufen. Potenzielles Action-Level. Wir haben diverse Entwicklungen zu sehen bekommen letzte Woche. Da gab es über Social Media so ein paar Gerüchte, dass da eventuell eine Briefkastenfirma, in Anführungsstrichen, beziehungsweise eine Strohfirma, der Grund sein könnte, die massive Aufträge im Hinblick auf die GPUs geliefert hat, die dann auch die Umsatzerwartungen so massiv nach oben getrieben haben und dazu führten, dass Nvidia eben diesen Run ab Mai auf neue Allzeithoß gappend auf die Quartalsberichte damals, beziehungsweise das Übertreffen der Wall-Street-Erwartung, dann entsprechend weiteres Momentum nach sich gezogen haben. Jetzt kommt noch hinzu, der Jensen Wang, der CEO, der hat jetzt jüngst Aktien verkauft. Das ist richtig, aber vielleicht sollte man noch hinzufügen, er hat Optionen ausgeübt und infolgedessen Aktien verkauft, das dann auch frühzeitig angekündigt werden muss, logischerweise. Da kannst du nicht einfach hergehen als CEO, als Unternehmens- und Insider und kannst einfach Aktien verkaufen. So läuft das nicht. Aber nichtsdestotrotz, neben diesen kleinen Bereichen gibt es durchaus einen fundamentalen Grund, skeptisch zu sein oder ein bisschen vorsichtig zu sein im Hinblick auf Nvidia, wenn der ein oder andere beobachtet, was mit Apple passiert ist aktuell oder mit Apple passiert, jetzt kurz vor dem Release des iPhone 15, dass ja die chinesische Regierung Regierungsbeamten untersagt hat, in Peking Apple-Produkte zu nutzen. Und das ist durchaus etwas, was, naja, ich sag mal, es ist keine neue Eskalationsstufe im Konflikt zwischen den USA und China, aber durchaus etwas, was man berücksichtigen sollte. Und auch Nvidia hat ja intensive Geschäftsbeziehungen mit China und im Hinblick eben auf eventuelle Konsequenzen, die jetzt gezogen werden, neue Restriktionen im Hinblick auf ausgelieferte GPUs, die zum Beispiel im Hinblick auf künstliche Intelligenz oder dergleichen genutzt werden können, könnte das Auswirkungen haben und demnach einen bierischen Impuls nach sich ziehen. Was wir sehen wollen, ist Break der 450, halten unterhalb. Das könnte dann allerdings weiteres Abgabemomentum nicht nur bis 440 beziehungsweise in Gefilde 435, 440 erstmal bringen. Das ist der auf den Quartalsbericht im Mai geankerte Volumen durch den Durchschnittspreis. Und darüber hinaus könnte es auch bis 420, vielleicht auch bis in 400er Gefilde ungefähr gehen. Also 450, ein potenzielles Action-Level in Nvidia, aber unser Fokus, der soll besonders auf Tesla liegen. Und wir haben jüngst ein bisschen, naja, uns hakelig präsentiert. Wir sahen eine relativ beschleunigte Abwärtsbewegung, die uns fast bis in Gefilde um 200 Dollar zurückgeführt hatte, nachdem wir noch kurze Zeit zuvor neue Jahreshochs markiert hatten, fast die 300-Dollar-Marke angelaufen waren. Das war Mitte, Ende Juli ungefähr. Wie gesagt, dann diese scharfe Korrekturbewegung in der Größenordnung hier von fast 30 Prozent und jetzt wieder ein erneuter Bounce mit einem Widerstand finden gegen eben ungefähr hier die 260er-Region, wo wir sehen können, gehen wir drüber. Dann ist der nächste potenzielle Widerstandsbereich schon um 270 und darüber könnte dann vielleicht mal ein Lauf in Richtung der 280, vielleicht sogar Gap-Plus, Richtung der 92, 300er-Gefilde nochmal anstehen. Wo kommt ein fundamentaler Trigger her? Nun, jetzt hätten wir intuitiv gesagt, wenn es dieses Upgrade nicht gegeben hätte, Nun, Delivery-Numbers Anfang Oktober, das sind noch drei Wochen von jetzt, beziehungsweise Earnings dann Ende des Monats Oktober, eventuell als möglicher Impulsgeber, aber die Wall Street, die, beziehungsweise Morgan Stanley war so nett, schon vorher potenziell Impulsgeber zu liefern und zwar mit einem entsprechenden Piece. Kann man sehen bei Twitter einfach dem, also da ist das Upgrade und das ist auch noch sehr, sehr detailliert hier entsprechend eben gescreenshottet worden von Morgan Stanley, dieses entsprechende Paper von Sawyer Merritt. Durchaus ein Follow, wenn man besonders Tesla als Aktie interessant findet, eventuell als Investor mit tollen Einblicken. Und wie gesagt, was wir eben sehen können, ist dieser Absatz hier und zwar, we believe, wir übersetzen das mal gleich, also wir glauben, dass Dojo den Unternehmenswert von Tesla um bis zu 500 Milliarden US-Dollar steigern kann, ausgedrückt durch eine schnellere Akzeptanzrate in den Bereichen Mobilität, Robotaxi und Netzwerkdienste, SAAS. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, was ist denn Dojo überhaupt? Und also als Tesla-Investor oder als jemand, der die Vision Tesla eben versteht, beziehungsweise erkannt hat, dass eben Tesla nicht nur ein bloßer Autobauer ist, mit einer Marktkapitalisierung im fast Billionenbereich, ist das immer so ein Grund zu schmunzeln, weil das ist so ein perfektes Beispiel dafür, warum auch ich immer nur mit dem Kopf schüttel, wenn ich eben mit Leuten spreche und es dann heißt, ey, Tesla ist total überbewertet und das kann man ja nicht für vollnehmen und dann der Verweis und hier die Qualität im Hinblick auf die Verarbeitung mit der Fahrzeuge, ich meine besonders im deutschsprachigen Raum und dergleichen. Und man erkennt sehr zügig, dass einfach niemand wirklich zu verstehen scheint, also zumindest nicht oder wenige im deutschsprachigen Raum, dass Tesla eben nicht nur ein reiner Autobauer ist. Das ist ja auch immer was, was ich dann immer zum Thema mache, wenn ich darauf angesprochen werde, dass man das erkennt, dann kommen die Price Cuts. Oh, die Nachfrage nach E-Autos ist auch nicht besonders gut. Dann sagt man, ja, ja, so könnte man es interpretieren, aber erstmal Punkt eins, die Gewinnmarge ist enorm im Hinblick auf Tesla, im Hinblick auf die produzierten Fahrzeuge, aus diesen und jenen Gründen, dann kann man das auch nochmal mit volkswirtschaftlicher Theorie ein bisschen aufarbeiten und so weiter, Skalierung für die Gigafactories und so weiter. Und deswegen haben die Möglichkeit, hier auch Druck auf die Konkurrenz auszuüben. Aber vor allem geht es ja darum, du willst den Markt mit Teslas in Anführungsstrichen zunehmend durchsetzen, um immer mehr Daten einzusammeln, um Daten zu sammeln, die dann genutzt werden im Hinblick auf Full Self Driving. Ah ja, Full Self Driving und das ist ja auch ein... Und jetzt kommt genau nämlich der Aspekt, wo Dojo dann ins Spiel kommt, wo man plötzlich erkennt, wo diese Vision hingeht und dass das nicht einfach nur ein Case ist, den man halt so formuliert, um irgendwie seine Position oder sein Investment in Tesla zu verteidigen, sondern dass es wirklich etwas ist, was jetzt auch beginnt in der Wall Street zunehmend an... eine Rolle zu spielen im Hinblick auf dann die ausgegebenen Price Targets. Dojo, einfach mal gegoogelt, Dojo Tesla, sagt hier aus dem Englischen übersetzt, Tesla Dojo ist ein von Tesla entwickelter und gebauter Supercomputer für die Verarbeitung und Erkennung von Computer Vision Videos. Es wird verwendet, um Teslas maschinelle Lernmodelle zu trainieren, um sein fortschrittliches Fahrassistenzsystem Full Self Driving, also FSD, zu verbessern. Das heißt also, er verarbeitet die ganzen Daten, Bilder, die er bekommt, um ausgehend davon eben hier im Hinblick auf Robotaxis eben so entsprechende Weiterentwicklungen voranzutreiben. Und jetzt wird offenbar, dass das ja ein riesengroßer potenzieller Markt ist im Bereich künstliche Intelligenz derzeit und vor allem, dass auch Tesla in dem Bereich in einer eigenen Liga spielt. Es gibt niemanden, der Tesla im Bereich Full Self Driving, Robotaxis oder dergleichen das Wasser reichen kann. Das ist einfach so. Und das wird dazu führen, dass früher oder später, genauso wie auch jetzt im Hinblick auf die Supercharger zum Beispiel, andere Autobauer potenziell diese Full Self Driving Technologie vielleicht sogar dann annehmen werden, irgendwie, dass man das lizenziert beziehungsweise, dass man das im Abo-Modell irgendwie vielleicht anderen Autobauern zur Verfügung stellt und dergleichen. Unterm Strich bleibt aber auf jeden Fall, Tesla wird ausgehend hiervon, jetzt von der Wall Street, beziehungsweise erstmal nur morgen Stanley, aber mit einem Unternehmenswert, Steigerung von 500 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung gesehen. Das sorgt dann entsprechend für entsprechende Upgrades. Jetzt kann man dazu stehen, wie man möchte. Ist das so wirklich relevant? Für uns als Trader ist das sehr, sehr relevant, denn wir müssen natürlich verstehen an der Stelle, dass das auch potenziell bullisch treibend ist, aus ganz einfachen Gründen. Es ist eine Tier-1-Investmentbank, morgen Stanley, also nicht irgendjemand. Und wenn die solch eine Ausgabe geben, ein solches Ziel, und das dann auch entsprechend erwartet werden darf, dass das an die Kunden, an deren Vermögensverwaltungs-, an den Wealth-Management-Bereich und dergleichen weitergegeben wird, dann wird das dazu führen, dass eine ganz natürliche Nachfrage in die Aktie kommt. Und das wird sich eventuell auch auf die breite Wall Street entsprechend ausüben. Und genau dadurch kommt es zu einem potenziellen Gap ab. Warten wir mal ab, wie sich europäische Märkte präsentieren, aber bis jetzt zumindestens mal sieht es im DAX ja relativ solide aus. Und dann sollten die Vorgaben positiv sein, ist Tesla potenziell der Kandidat entsprechend eben zulaufen. Sollten die entsprechenden charttechnischen Level rausgenommen werden. Wie gesagt, Gap über die 2,60 kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Attacke auf die 2,70 wird auch ein Thema. Und sollten wir sogar darüber gehen, während ich auszuschließen, Tesla ist ein High-Beta-Stock, dass wir kurzfristig stark bullisches Momentum aufnehmen, welches uns sogar in Richtung hier der Gap-Close führen kann von Anfang August und somit zurück fast in Gefilde um 300 Dollar. Setzt dann natürlich voraus, dass wir dann in der Lage sind, auch ein Gap zu halten. Was wäre denn, wenn wir aufwärts gappen über die 2,60, aber dieses Gap nicht halten können? Das wäre jetzt per se erstmal kein starkes Signal der Tesla-Aktie, wäre aber hauptsächlich, meiner Einschätzung nach, getragen dann durch eher schwache Vorgaben seitens des Breitenmarktes. Und da wiederum sind wir bei Nvidia, wo wir ja gerade gesagt haben, das könnte durchaus mit einem Break tiefer, aus welchen Gründen auch immer, entsprechend auf dem Breitenmarkt ausstrahlen. Dann auch die Qs unter Druck bringen, da ist Tesla wieder positiv korreliert. Also wir haben jetzt auf jeden Fall zwei Cases. Einen Tesla bullischen, einen Nvidia bearischen und dann schauen wir mal, was wir heute im Laufe und in der nächsten Handelschule noch zu sehen bekommen. Alle weiteren Details morgen im guten Morgenbörse hier gemeinsam mit XUE. Happy Trading. Passt auf die Stops auf, habt euch wohl, bis dann. Und tschüss.